Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Im heutigen Video schauen wir uns den neuen Dreamy-Bot L10S Pro an. Vor einigen Wochen haben wir uns schon den L10S Ultra angeschaut mit Absaugstation und Wasseraustauschstation. Der Dreamy L10S Pro kommt nun ohne diese Absaugstation. Für die Leute, die es halt etwas kompakter möchten, die einfach keine Absaugstation brauchen. Welche Features er mit sich bringt und wie die Wischfunktion mit den beiden Mobs ist, das wollen wir natürlich in diesem Video auschecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Zu euch nach Hause kommt das Ganze in diesen Karton und hier haben wir zunächst den Quickstart Guide, den eigentlichen Sauger an sich, die Seitenbürste, die beiden Wischmobs, das Stromkabel und natürlich auch die Dockingstation. Als erstes müssen wir die Seitenbürste auf der Untersatte des Saugers anbringen und hier werden dann natürlich auch die beiden Wischmobs angebracht. Die Einrichtung und das Setup ist aber super simpel. Und zwar müsst ihr einfach die Ladestation an die Steckdose anschließen, den Saugroboter darauf stellen und dann habe ich in meinem Fall die Dreamy Home App benutzt. Dort wird dann der Sauger direkt erkannt. Ihr klickt auf Connecten und ja, nun richtet sich der Sauger automatisch ein. Ich würde euch empfehlen, lasst den Sauger erstmal komplett aufladen, damit ihr hier auf der sicheren Seite seid und falls Updates vorhanden sind, installiert diese erstmal. Mit dem L10S Pro habt ihr nun die Möglichkeit, die Räume zum einen saugen zu lassen, saugen plus wischen oder auch nur wischen. Und das Besondere hierbei ist, dass sich auf der Unterseite diese beiden Wischmobs aktiv drehen und dadurch auch der Boden wirklich gewischt wird. Die Wischleistung ist hier nochmal deutlich besser als bei Saugwischrobotern, bei denen jetzt einfach das Wischtuch nur hinterhergezogen wird. Außerdem wird auch der Boden nochmal merklich nasser gewischt. Das muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Der Wasserbehälter im Sauger muss natürlich dafür aufgefüllt werden. Hier passen 190ml rein. Klingt vielleicht erstmal wenig, reicht aber easy aus, um jetzt 50 oder auch 70 Quadratmeter reinigen zu lassen. Die Wischleistung hat mir richtig gut gefallen. Ist für mich einfach mit die beste Wischleistung bei allen Saugrobotern. Und wenn man einmal den Genuss hatte, jetzt die rotierenden Wischmobs auszutesten, dann möchte man das einfach nicht mehr missen. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied zu anderen Saugrobotern, wo das halt nicht der Fall ist. Außerdem könnt ihr auch einstellen, dass zum Beispiel manche Räume nur gewischt werden sollen oder auch bei anderen Räumen soll nur das Ganze gesaugt werden. Apropos saugen, das geht natürlich beim Saugroboter hier ebenfalls. Und auch die Saugleistung hat mir richtig gut gefallen. Der Sauger kommt auf eine Saugstärke von 5300 Pascal. Das ist auf jeden Fall wirklich richtig viel und saugt dann hier den ganzen Schmutz im Teppich oder auf dem Parkettfliesen, was auch immer, auf. Auf der Unterseite gibt es dann hier die Gummibürste. Diese ist aus Hartgummi, ist somit nochmal deutlich robuster und sorgt auch dafür, dass jetzt längere Haare sich jetzt nicht in der Bürste hier verfangen. Beim LCNS Pro gibt es vier Saugstärken. Ich nutze hier aber eigentlich immer den Standardmodus. Reicht einfach, wie ich finde, für die Fliesen hier vollkommen aus. Ich finde es bei einer Reinigung bei Saugrobotern nochmal effektiver, wenn zwei Seitenbürsten auf der Unterseite sind. Hier haben wir jetzt wie gesagt eine. Da wir jetzt hier aber keine Absaugstation haben, wie beim LCNS Ultra Modell, muss man natürlich den Staubbehälter manuell entleeren. Es gibt auch eine Teppicherkennung. Das heißt, fährt der Saugrobotor über Teppich, wird dann jetzt hier die Saugleistung erhöht und ist man jetzt im Wischmodus, dann werden die Wischmaps hochgefahren, sodass der Teppich jetzt nicht nass wird. Ein Unterschied zum LCNS Ultra, also dem Hi-Ed Modell, was ich euch schon mal gezeigt habe, ist auch, dass wir jetzt hier keine Kamera auf der Vorderseite verbaut haben, sondern ein 3D-strukturiertes Licht. Und durch das Licht und den LiDAR-Scanner auf der Oberseite wird dann eine 3D-Karte erstellt. Das Licht sorgt auch dafür, dass Hindernisse wie Schuhe oder ähnliches besser auf dem Boden erkannt werden und diese dann natürlich umfahren werden. Die Hinderniserkennung hat mir hier bei dem Sauger wirklich gut gefallen. Der fährt jetzt nicht gegen die Möbel gegen, sondern bremst natürlich vorher gut ab, damit jetzt auch keine Schäden an die Möbeln entstehen. Nun würde ich sagen, schauen wir uns die Dreamy Home App nochmal genauer an. So sieht diese aus. Ich finde sie schon mal wirklich gut designt. Hier haben wir jetzt eine Übersicht. Wir können direkt die Reinigung beginnen oder auch die Aufladung beginnen, je nachdem, wo sich der Saugroboter befindet. Wir klicken jetzt hier aber einfach einmal rauf und da sehen wir dann jetzt auch schon die Räume. Ich habe hier eben nochmal eine Zonenreinigung gemacht, denn das geht natürlich auch. Also ich kann jetzt hier auf Zone klicken und dann kann ich sagen, okay, dieser Bereich soll jetzt nochmal gereinigt werden. Zum Beispiel soll da nochmal extra gewischt werden oder was auch immer. Ich kann natürlich auch auswählen, dass bestimmte Räume nur gesaugt werden sollen oder natürlich auch alles. Bei den Reinigungseinstellungen können wir dann auch zum einen die Saugstecker auswählen oder natürlich auch die Wasserdurchflussrate. Ach, ein Tipp noch bezüglich der nassen Reinigung und zwar nehmt die Wischmobs nach der nassen Reinigung ab und ihr könnt auch diese komplett von der Halterung entfernen. Die halten da per Klack drin, könnt ihr dann sauber machen und ja, sodass halt da nicht diese dreckig irgendwo nass rumliegen. Weiter geht es in der App und zwar, wenn ihr mehrere Geschosse habt, könnt ihr natürlich hier auch eine mehrgeschossige Karte aktivieren. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch noch weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel eine geplante Reinigung, dass in einer bestimmten Zeit der Sauger dann seine Bahn fahren soll. Ich muss sagen, die App gefällt mir richtig gut, ist schön designt und man findet sich hier auch super schnell zurecht. So muss es auf jeden Fall sein. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit des Videos angekommen. Und ich muss sagen, mir hat der L10S Ultra schon wirklich gut gefallen. Jetzt gibt es hier sozusagen den kleineren Bruder mit dem L10S Pro. Man muss natürlich auf eine Absaugstation und auf die Wasseraufbereitung verzichten, aber wer das kann, für den ist das hier auf jeden Fall die günstigere Wahl. Und man muss jetzt auch nicht auf die Wischleistung verzichten, denn wir haben hier die beiden rotierenden Wischmobs. Und ich muss sagen, die Wischleistung kann sich hier definitiv sehen lassen. Ich möchte so eine Wischleistung einfach nicht mehr missen. Die rotierenden Wischmobs sind einfach mega nice im Alltag, muss ich sagen. Und auch die Saugleistung hat mir hier echt gut gefallen. Dazu auch die wirklich gut strukturierte App. Aktuell bekommt ihr das Ganze hier auch nochmal ein günstiger. Den Link findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie auch gerne unten in die Kommentare. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Ciao.